Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 26. Mai 2021. Es gibt ein neues, etwas ungewöhnliches Spiel, bei dem man sich statt Stofftieren Mi-Charaktere schnappen muss. Laut Jung, Mitarbeiter bei der Spielezentrale von Island, gab es Beschwerden von Leuten, dass es doch unmenschlich sei, Mi-Charaktere wie Gegenstände zu behandeln. Allerdings änderten sie schnell ihre Meinung. Nachdem sie das Spiel selbst gespielt und ihren ersten eigenen Fang gemacht hatten. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ja, ja, das ist echt erstaunlich. Vermute ich mal. Normalerweise rührt mich sowas nicht so sehr. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Sherman Yusuf. Der 26. Mai war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.